Ja, einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei uns hier in der PTB, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Dieser Zukunftstag findet dieses Jahr ein bisschen anders statt als sonst üblich, nämlich rein digital. Insofern werden jetzt sämtliche Videos, die jetzt hier bei uns präsentiert werden, halt wie gesagt aus der Konserve stammen. Aber ich hoffe, dass es trotzdem ein bisschen unterhaltend und ein bisschen interessant für euch ist. Ich würde gerne ein bisschen was über diese PTB sagen, weil nicht alle wissen genau, was diese PTB wirklich halt ist. Die meisten denken, wenn sie an PTB denken, naja, was ist das ja, das hat irgendwas mit Messen zu tun. Und das ist schon mal ganz gut. Wobei unser eigentlicher Name lautet, wir sind das Nationale Meteorologie-Institut. Meteorologie, was meint das? Da könnte man auf die Idee kommen, dass das was mit dem Wetter zu tun hat. Warum kommt man auf das Wetter? Naja, bei Wetterkunde heißt Meteorologie. Und das hat aber mit dem Messen erstmal soweit gar nichts zu tun. Warum? Also um Meteorologie, um das Wetter geht es jetzt nicht. Es geht um das Thema Messen. Und Messen, das kann man alles so messen. Ich habe jetzt hier so ein Blatt Papier in meiner Hand. Zum Beispiel kann man alles Mögliche rund um dieses Papier messen. Man kann sich fragen, wie schwer ist dieses Papier, wenn da Text draufsteht, wie lange habe ich Zeit, um das zu lesen? Oder so eine ganz andere Sache. Ab wann würde eigentlich Papier brennen dabei? Und dann kriegt man so eine Aussage vielleicht raus, naja, so ein Papier brennt bei 506 Kelvin. 506 Kelvin, was kann das sein? Ah, Kelvin, okay. Das können wir umrechnen in Grad Celsius. Dann sind wir so bei 233 Grad Celsius. Und wenn man das nochmal weiter umrechnet, in angelsächsische Einheiten, dann kommt da was raus wie Fahrenheit 451. Und bei der Gelegenheit, das ist übrigens ein wunderbarer Science-Fiction-Roman aus den 50er Jahren, also so weit her, 70 Jahre zurück, aber glaube immer noch lesbar. Fahrenheit 451 von Ray Bradbury. Das war der kleine Werbeblock jetzt. Und nun geht es los mit dem eigentlichen Thema Messen. Unter anderem mit so einem kleinen Video, was jetzt abgespielt wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für funk, 2017 Das war's für funk, 2017 Nach dieser kleinen Einleitung würde ich euch jetzt gerne mitnehmen auf eine kleine Rundtour durch unser Gelände und wir gucken mal in diverse Laboratorien rein. Was ihr jetzt hier auf diesem Bild seht, ist eine Luftaufnahme. Der PTB ist schon verdammt groß, ungefähr ein Quadratkilometer, 1500 Leute, die hier arbeiten. Und wir starten mal unsere kleine Rundtour mit dem berühmtesten Gebäude, was wir haben, dem Kopfermannbau. Und warum ist das so berühmt? Weil sich in diesem Gebäude unsere Atomuhren befinden, wie man auf dem nächsten Bild sehen wird. Hier zum Beispiel. Hier sehen wir drei unserer klassischen Atomuhren ganz links. Die erste, die wir mal gebaut haben, in der Mitte dann die CS2. CS steht für Cäsium. Die machen die einzelnen Sekundenticks auf nahezu 14 oder 15 Stellen genau. Aber damit hört es noch gar nicht auf. Wenn wir jetzt auf die Seite gehen, wo der Fotograf stand, als er dieses Bild gemacht hat, gibt es weitere Atomuhren. Zum Beispiel eine solche. Das ist eine Cäsium-Fontänen-Uhr. Die schafft nochmal einen Faktor 10 bis 100 bessere Genauigkeit bei den einzelnen Sekundenticks. Und es gibt keine andere physikalische Größe, die man so gut messen kann wie eben Zeit. Dafür ist die PTB wahrlich sehr berühmt. Aber wir gehen weiter in unserer kleinen Tour nach dem Kopfermannbau, wo wir jetzt gerade eben waren. Hüpfen wir einfach mal weiter in unser Rheinraumzentrum. Das gibt es hier nämlich auch. Und da sieht es zum Beispiel so aus. Sehr mit gelbem Licht. Alle, die dort arbeiten, müssen so einen Ganzkörperanzug tragen, damit ja keine Staubpartikel in diesen Raum gelangen. Es geht nämlich darum, ganz feine Chip-Strukturen zu produzieren, mit denen man dann hochwissenschaftliche Experimente durchführen kann. Und damit will ich euch jetzt gar nicht weiter quälen, sondern wir gucken weiter. Nach so einem gelben Raum, den wir jetzt hier gerade eben hatten, hüpften wir weiter. Und zwar in diesem Bau. Und das ist der Einstein-Bau. Und in dem Einstein-Bau, da sind unsere Optiker zu Hause. Und wenn man sich so fragt, Optiker, naja, die werden mit Licht arbeiten. Ja, wir sehen, wie sieht denn so ein typisches Labor eines Optikers aus? Und das sieht man auf dem nächsten Bild. Und das ist vorzugsweise schwarz. Was man hier sieht, ist der sogenannte GONIO-Fotometer-Raum. Schwieriges Wort. Aber man sieht hier so diverse Roboterarme. Und an einem der Roboterarme hängt eine Leuchte. Und die wird in diesem Raum perfekt vermessen. Also Räume der Optik sind meistens schwarz. Aber sie können auch, wie man auf dem nächsten Bild sieht, sie können auch ganz anders aussehen. Nämlich weiß. In dieser Kugel, auch da steckt man halt Lampen hinein und misst dann sämtliche Strahlungscharakteristiken, die von dieser Lampe ausgehen dabei. Man sammelt sozusagen das sämtliche Licht ein, weil das Licht von diesen weißen Innenwänden der Kugel komplett reflektiert werden und man kein einziges Lichtteilchen verliert. Übrigens bei dem Stichwort Lichtteilchen, das Licht auch diesen Teilchencharakter hat, das haben wir als Erkenntnis Albert Einstein zu verdanken. Und das ist auch der Grund, warum dieser Bau der Einstein-Bau heißt. Wir gucken wieder raus und hüpfen weiter zum Heisenberg-Bau. Heisenberg war ein großer Theoretiker der Physik in den 20er, 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und gucken wir da hinein, dann sieht das da zum Beispiel so aus, wie auf dem folgenden Bild. Und da steckt jemand sozusagen tief in einer Röhre drin und manipuliert an einer Apparatur dabei. Und was er dort macht, was man dort sieht, ist ein Kühlsystem. Dort erzeugen wir Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt, also bei minus 273 Grad Celsius, ein bisschen drüber. Und damit sozusagen kann man halt tief in die Natur hineingucken. Und die Temperatur, die so heruntergedimmt wurde, stört die einzelnen Teilchen nicht bei ihrer jeweiligen Physik. Okay, jetzt waren wir, wie gesagt, kurz im Einstein-Bau. Wir hüpfen weiter und zwar zum Glockerbau. Und da sieht es ganz anders aus. Da geht es nämlich um Medizinphysik. Und da sehen wir einen Kollegen, der an so einer langen Messstrecke arbeitet. Dort werden Teilchen beschleunigt, Elektronen. Und die benutzt man unter anderem dafür, dass man damit Patienten bestrahlt, wenn sie einen Tumor haben. Die Elektronen treffen auch diesen Tumor, erhitzen den, töten den damit ab. Und man hofft natürlich damit, dass man eine vernünftige Therapie gefunden hat. Aber es kann auch ganz anders aussehen bei uns. Vom Glockerbau geht es weiter bei uns, da mitten in dieses Wäldchen hinein. Und dort arbeiten unter anderem unsere theoretischen Physiker. Und deren Arbeitsmittel, das sieht man hier, ist eigentlich immer noch heute Tafel und Kreide tatsächlich. Also dort hat man im Wesentlichen dann seinen Kopf zur Verfügung. Natürlich auch große, massive Rechner, mit denen man dann seine Rechnungen halt numerisch auswerten kann. Aber die eigentliche Arbeit passiert eigentlich vorab an Tafel und Kreide. Und dann hüpfen wir nochmal weiter und gehen zum Besselbau. Und dort im Besselbau sehen wir zum Beispiel zwei Kollegen dort, die da so einen kleinen Zylinder in den Händen halten. Und solche Zylinder zu fertigen ist nicht ganz trivial tatsächlich. Diese Zylinder, die dort gefertigt wurden, werden benutzt, um Weltraumexperimente zu machen. Und unter anderem, um den Unterschied zwischen Trägermasse und schwerer Masse herauszufinden, falls es einen solchen Unterschied gibt. Die Physik momentan glaubt im Wesentlichen, dass beide Größen gleich sind. Aber es könnte minimale Unterschiede geben. Und wenn das so wäre, das wäre eine Revolution. Und der Start von so einer Revolution passiert gerade da in so einem, sag ich mal, wissenschaftlichen Gerätebau, wo solche Objekte gefertigt werden. Und damit nähern wir uns langsam schon dem Ende unserer kleinen Tour. Gehen wieder raus aus diesem Bild und sehen nochmal, die will nicht mehr... Ah, jetzt ist es umgeschaltet. Manchmal funktioniert Technik nicht immer, auch wenn wir die Physikalisch-Technische Bundesanstalt sind. Ist so, ganz normal. Okay, wir gehen weiter zum sogenannten Zentralgebäude bei uns. Da ist es. Und dort findet jetzt mal keine direkte Physik statt, sondern dort sieht man zum Beispiel, da arbeiten Leute wie diese drei dort. Und die heben nicht nur so eine Wahnsinnskugel an, sondern das sind drei aus meiner Gruppe. Wir machen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und schreiben und berichten über die physikalischen Erkenntnisse, die hier bei uns gewonnen werden. Ja, und damit sind wir schon bei unserer Tour zu Ende. Und ich kann nur sagen, wenn ihr irgendwas mitnehmen wollt von dieser kleinen Tour durch die PTB, die Message to go lautet, bei einem Thema Messen an die PTB zu denken, das ist genau richtig. Und jetzt viel Spaß beim Zukunftstag. Tschüss. 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 Vielen Dank.